Hallo Leute! Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Heute erzähle ich euch, wie läuft ein normaler Tag in meinem Leben. Los geht's! An einem normalen Tag klingelt mein Wecker um halb sieben. An einem normalen Tag klingelt mein Wecker um halb sieben. In der Woche muss ich immer sehr früh aufstehen. Ich kann leider nur am Wochenende ausschlafen. In der Woche muss ich immer sehr früh aufstehen. Ich kann leider nur am Wochenende ausschlafen. Nach dem Aufstehen gehe ich zuerst auf die Toilette. Ich rasiere mich jeden Morgen. Ich rasiere mich jeden Morgen. Danach dusche ich. Danach dusche ich. Von sieben Uhr bis halb acht, frühstücke ich mit meiner Frau. Von sieben Uhr bis halb acht, frühstücke ich mit meiner Frau. Zum Frühstück, esse ich ein Brot mit Wurst oder Käse. Und trinke einen Tee. Meine Frau isst Müsli. Und trinkt ein Glas Milch zum Frühstück. Meine Frau isst Müsli. Und trinkt ein Glas Milch zum Frühstück. Beim Frühstücken, höre ich die Nachrichten im Radio. Beim Frühstücken, höre ich die Nachrichten im Radio. Nach dem Frühstück, putze ich mir die Zähne. Nach dem Frühstück, putze ich mir die Zähne. Nach dem Zähneputzen, ziehe ich mich an. Nach dem Zähneputzen, ziehe ich mich an. Um Viertel vor acht, gehe ich aus dem Haus. Ich bringe meine Tochter zur Schule, und fahre dann zur Arbeit. Ich bringe meine Tochter zur Schule, und fahre dann zur Arbeit. Um halb neun, muss ich auf der Arbeit sein. Ich arbeite von halb neun, bis sechzehn Uhr. Um halb neun, muss ich auf der Arbeit sein. Ich arbeite von halb neun, bis sechzehn Uhr. Um dreizehn Uhr, habe ich eine halbe Stunde Mittagspause. Und ich esse mit meinen Arbeitskollegen zu Mittag. Am Vormittag, bleibt meine Frau zu Hause, und macht die Hausarbeit. Sie putzt die Wohnung, saugt das Wohnzimmer, und wäscht die Wäsche. Am Vormittag, bleibt meine Frau zu Hause, und macht die Hausarbeit. Sie putzt die Wohnung, saugt das Wohnzimmer, und wäscht die Wäsche. Um dreizehn Uhr, holt meine Frau unsere Tochter von der Schule ab, und sie fahren zusammen nach Hause. Um dreizehn Uhr, holt meine Frau unsere Tochter von der Schule ab, und sie fahren zusammen nach Hause. Um vier Uhr nachmittags, bin ich mit meiner Arbeit fertig. Dann fahre ich nach Hause. Um vier Uhr nachmittags, bin ich mit meiner Arbeit fertig. Dann fahre ich nach Hause. Zweimal pro Woche, gehe ich nach der Arbeit, ins Fitnessstudio. Zweimal pro Woche, gehe ich nach der Arbeit, ins Fitnessstudio. Zu Hause, ziehe ich mich zuerst um. Danach, lese ich meine E-Mails. Zu Hause, ziehe ich mich zuerst um. Danach, lese ich meine E-Mails. Ich surfe ungefähr eine Stunde im Internet. Ich spiele auch oft am Computer. Ich surfe ungefähr eine Stunde im Internet. Ich spiele auch oft am Computer. Um sieben Uhr abends, bereitet meine Frau, das Abendessen vor. Und dann, esse ich mit meiner Familie zu Abend. Um sieben Uhr abends, bereitet meine Frau, das Abendessen vor. Und dann, esse ich mit meiner Familie zu Abend. Nach dem Abendessen, sehe ich normalerweise, die Nachrichten im Fernsehen. Nach dem Abendessen, sehe ich normalerweise, die Nachrichten im Fernsehen. Meine Frau, besucht einen Deutschkurs. Der Kurs beginnt um 20 Uhr, und endet um 22 Uhr. Meine Frau, besucht einen Deutschkurs. Der Kurs beginnt um 20 Uhr, und endet um 22 Uhr. Vor dem Schlafengehen, sehe ich gern, einen Film oder eine Serie im Fernsehen. Vor dem Schlafengehen, sehe ich gern, einen Film oder eine Serie im Fernsehen. Danach, putze ich mir die Zähne. Und um halb elf, gehe ich schlafen. Danach, putze ich mir die Zähne. Und um halb elf, gehe ich schlafen. Mein Name ist Sarah Becker. Ich bin 24 Jahre alt, und arbeite als Lehrerin. Morgens, stehe ich um 7 Uhr auf. Aufwachen, kann ich nicht von allein. Ein Wecker klingelt mich aus dem Schlaf. Morgens, stehe ich um 7 Uhr auf. Aufwachen, kann ich nicht von allein. Ein Wecker klingelt mich aus dem Schlaf. Ich stehe auf, und muss als erstes, meistens auf die Toilette gehen. Ich wasche mir das Gesicht. Dann dusche ich. Zuerst, ganz warm, und am Schluss, mit kaltem Wasser. So, werde ich richtig wach. Das Frühstück, lasse ich nie aus. Ich habe Hunger am Morgen. Meistens, esse ich Müsli oder Toast mit Marmelade. Dazu, trinke ich Tee, oder Kaffee. Das Frühstück, lasse ich nie aus. Ich habe Hunger am Morgen. Meistens, esse ich Müsli oder Toast mit Marmelade. Dazu, trinke ich Tee, oder Kaffee. Nach dem Frühstück, putze ich mir die Zähne. Danach, ziehe ich mich an. Ich fahre mit dem Auto, zur Arbeit. Ich arbeite von halb acht, bis vierzehn Uhr. Nach der Arbeit, esse ich zu Mittag, in einem Restaurant in der Nähe von meiner Wohnung. Nach der Arbeit, esse ich zu Mittag, in einem Restaurant in der Nähe von meiner Wohnung. Vor dem Abendessen, habe ich noch Zeit, um Freunde zu treffen. Dann essen wir gemeinsam zu Abend. Vor dem Abendessen, habe ich noch Zeit, um Freunde zu treffen. Dann essen wir gemeinsam zu Abend. Am Wochenende, gehe ich gerne, ins Kino. Am Wochenende, gehe ich gerne, ins Kino. Wenn ich Freizeit habe, arbeite ich gerne im Garten. Wenn ich Freizeit habe, arbeite ich gerne im Garten. Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich ein bisschen fern. Bevor ich ins Bett gehe, schaue ich ein bisschen fern. Dann gehe ich schlafen, und schlafe von 22 Uhr, bis morgens um sieben. Dann gehe ich schlafen, und schlafe von 22 Uhr, bis morgens um sieben. Wenn Ihnen dieses Video gefällt haben, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, und die Glocke, für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren. und die Glocke,